hallo und herzlich willkommen zum video heute schon mal gefällt es auf an der c und heute waren wir über das war's wir babbeln wir heute mit platz einer ich glaube das ist platz sieben oder sechs monatlich bin sehr gespannt ist sehr spät in der nacht ich bin froh dass er noch eine runde voll wird heute üben wir heute machen wir ein training könnt ihr gut reden also ich konnte ich habe es gehasst referat in der schule zu halten oder wie das fandet so bin einfach kein kann einfach nicht also könnte über ein thema einfach so drüber reden extrem lang kann über als beispiel übersand können oder irgendwas einfach lange einfach drüber reden ich kann das nicht gut und wir sind tot und das will ich einfach üben das ist so auch eine das will ich einfach können aber über ein thema reden natürlich über das könnte ja reden weil einfach groß geworden ist aber die bergung bei quadrics client mods aber sonst zu einer nur ich kann mich nicht einfach lange über irgendwas unterhalten oder sondern ich bin aber nicht so der typ der das gut kann aber ich würde es gern können so eine effekte weg ist lief deswegen üben wir das in diesem video einfach zu babbeln und ich bin sehr erfreut und zu hören ob das auch könnt so aber einfach gut über themen reden könnte seine rechnen und einfach frei reden können so nennt sich das ne ich das ist definitiv nicht meine stärke frei irgendwie zu reden und irgendwelche tipps und tricks habt zwei eingesagen sehr sehr wichtig das bisschen zu beherrschen glaube ich wenn man keine ahnung youtube macht oder halt irgendwas in diese richtung einfach das ein bisschen zu können auch generell ist es cool einfach gut was erklären kannst du glaube ich mir also ich frage mich ja wieder immer wieder das früher lehrer seiner schule gemacht haben wie gut das war das mit einem falschen team ich auch voll idioten das wieder mal komplett also schreibt mir das gerne in die kommentare so nummer als ein team wunderbar gespielt ist es gerade bei euch wenn dieses video guckt das interessante frage oder hätte solche nie doch diese frage kommt würde ich das schon mal in dem video gefragt wie spät ist es bei euch ist das wetter also diese 0 8 0 0 0 7 fragen also haben ein referat gehalten wir wünschen dass es nicht gehalten haben über hunde muss ich das früher halten aber hunde rassen es gibt ja wie gesagt verschiedene typen von hunden beziehungsweise die einfach dazu gescheiße hat das bett nicht abbauen können was soll das und ja da muss ich vorher verraten hatte wir verschiedene hundearten und dass die menschentypen dazu passen würde und das war so peinlich in der schule also wirklich das will ich nie wieder mache aber wir schon eigentlich will ich schon machen wir sagt können sagen wir so dass ich da keine angst hat vor den leuten so zu reden auf mir was zu wissen zu dem zeitpunkt ist nicht wirklich so gut aber ja man das geht so geht sich aber dann wäre doch wirklich kriegen verdammt sie hat mich gesehen jetzt aber müsste ich war so schlecht gerade oder sowas bis stories und videos erzählen ich kann es halt einfach nicht also ich würde es gehen können aber ich kann es nicht weil das kann also es können ja einige so meine tutorial videos zu gewissen themen ich konnte oder texte spielen oder so weiter das war immer eine absolute plamage das wirklich absolute katastrophe ich gehe es auf jetzt aber ich habe jetzt einfach du es reicht so nämlich jungs ne also jetzt hole ich mir das bettchen da gibt es jetzt kein weg rundherum es ist jetzt mein bettchen ich weiß noch kurz auf einen kollegen macht jetzt 1 2 3 ko hoffe ich mal ne und jammer scheiße das ist ein dummer moment weil mir das ja nicht da und nein der eine muss weg scheiße ok so eine chance gegeben also ok leute dann war es mit diesem wunderbaren kündigen video wo ich einfach über irgendwas bubble und drüber rede es ist schwer es zu babbeln ich wünsche euch einen schönen tag und bis zum nächsten mal ciao ciao